Kann doch nix dafür! Doch! Ähm... Wo... Ähm... Woher soll dann... Okay. Ähm... Wie du's machst, keine Ahnung. Das ist... Oh, was ist das denn? Wo geht das denn hin? Ja, noch ist ja okay. Ich hab nur halt hier da den Switch-Motor einbauen müssen. Ach du so. Das ist der neue Boiler. Ja, ist okay. Oh, hier! Das kann ich leben. Ähm... Ja? Muss ich da einen neuen Eingang machen? Oder kann ich da existierende Gleise nutzen? Ich würd die existierenden Gleise nutzen, sofern's geht. Vielleicht davor irgendwo abbiegen. Das ist die Frage, ob's geht. Das... Oder ob's dann irgendwie bumm macht, weil irgendwas kollidiert. Ja, da müssen wir halt mit Signalen und so arbeiten. Das passt dann schon. Na gut. Ähm... Also, der Zug könnte jetzt theoretisch hierhin fahren. Das Problem ist nur... Gibt nichts zum Abholen, oder? Ja, erstens das und... Beziehungsweise es gibt nichts zum Ausladen. Ähm... Soll der gleiche Zug da hinfahren? Ne, oder? Ne, ein anderer. Gut. Der... Der Zug. Welcher Zug? Der Zug. Der eine Zug. Greenhus. Der Greenhus. Der mit Rechtschreibfehler. Das ist... Nein, nein, das ist... Das ist belgisch, ist das, oder? Genau. Greenhus. Greenhus. Komm. Ah, drei. Egal. Hatte ich übrigens schon selber bemerkt, Flo, dass ich den falsch geschrieben habe. Ja, das ist auch schwer, das nicht zu bemerken, weil es drüber richtig steht. Ja. Aber ich hatte keine XP mehr, um es umzubenennen. Ah. Ah. Greyweb möchte übrigens nicht angeben, aber er lacht über 16 Megabit, weil er in einem Neubaugebiet aus dem Jahr 1998 am Stadtrand von Leipzig 200 Megabit hat. Wenn ich umziehen würde, würde ich Glasfaser bekommen, aber die Stadt will ich nicht umziehen, weil die Stadt scheiße ist. Hm. Aber ich sag jetzt nicht, welche Stadt. Aha. Frankfurt. Das ist aber eine Musterstadt für Glasfaser. Ne, ne, nicht Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt. Ah, okay. Gibt es eine Stadt als Musterbaugebiet für Glasfaser gedöns. Mhm. Aber da will ich nicht unbedingt wohnen. Okay. Oh, und vier Kilometer weiter wohnen seine Eltern auf dem Dorf mit einem Megabit. Ja, da haben wir halt das... Ja. Wie heißt das, wie heißt der Begriff dafür? Äh, Divide. Neuland. Disparität. Dieses, äh, ja halt, dass die Geschwindigkeiten so unterschiedlich sind. Digital Divide. Im Prinzip. Ich mein, ich bin ja irgendwie Zip schon begeistert, wie aus mir ein Informatiker werden könnte mit so einer lahmen Leitung hier. Ne, allein schon dieses... Ja, lad ihr mal dieses Tool runter. Ja, das dauert dann mal einen Tag, ne? Ja. Huch, da ist eine Krähe. Ne Krähe? Da ist... 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 Die haben wir auch mal gesehen. Ja. Kann ich die töten? Nein. Töte kannst du machen. Zum Mörder. Äh, Oli. Äh, Oli. Ähm. Wo krieg ich denn hier? Rf. Hier. Wo ist hier? Ich bin momentan im Haupthaus. Hm. Äh. Entweder so. 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 Ha, ha, ha. Ich hab die Krähe getötet. Hier unten ist P2P einfach. Ich hätte sie ja lieben lassen. Weil die Leitung kannst du nicht gescheit unterlegen. Arsch. Hä? Jetzt geh ich wieder. Oh, toll. Du hast den Minecraft gestoppt. Glückwunsch. Danke. Immer wieder gerne. Der Raum hier ist auch ein bisschen... Hä? Weißt du, was tolle an diesen Schienen ist? Man kann drauf gehen. Okay, was? Richtig? Weil ich grad nicht. Ich brauche Tim-Planz. Oh, Junge. Tin-Inget in der Rolling Machine. Ach so, anders so. Ging die in... Ach, das ist Eisen. Haha. Deswegen. Wo hab ich jetzt... Jetzt hast du... Du hast es den Minecraft getötet. Ernsthaft. Was hab ich? Du Vollhonk! Was hab ich? Du hast den Minecraft getötet. Ich kann den Minecraft töten? Du hast ihn abgeschossen. Jetzt ist er tot. What? Ah. Glückwunsch. Gut gemacht, Daniel. Ups. Ich wusste nicht, dass man Minecraft töten kann. Einmal mit Profis arbeiten. Tut mir leid, ich bin hier mit Schiffen, mit Booten. Kenne ich mich aus. Warum kann man die töten? Was können wir noch mit dem Ding töten? Olli, ich hab schon einen Platz gefunden. Geh weg. Geh weg. Schieß, es fliegt nur. Ich kann schießen. Heute noch. Da muss ich auch. Schieß nicht jetzt auf die anderen Minecraft auch noch, ich sag's dir. Warum? Na gut. Okay. Dann machen wir das hier hin. Dann geh ich ganz schnell wieder weg. Warum steht da unten im Wasser eine Kiste? Hol mal ein neues Minecraft. Ein normales Minecraft. So. Mit Kiste. Mit Kiste. Sonst wird kein Holz abgeholt. Das fährt schön. Glückwunsch. Genau. Da können wir jetzt dann die Pipe rüberlegen und dann haben wir Strom. Richtig? Richtig. Ja, ne? Genau. So. Pipe. Haben wir noch Pipes in der Leitung? Wir haben doch noch drei. So. Bring dir jetzt drei mit, dann kannst du drei fahren lassen. So. Da haben wir noch ein paar Pipes. Einfach. Da war nix. Einfach draufsetzen. Eins, ja. Und anschubsen, bis es aufs Gleis kommt. Richtig. Idealerweise warten, bis der andere, naja. So. Dann kommt hier hin. Und jetzt? Den muss ich nochmal schubsen. Dimlet Researcher. Aber da komme ich nicht mehr hin. Hau mal drauf. Ah, jetzt. Hm. Machen wir vielleicht da noch ein bisschen weiter. Aber egal. Der Dimlet Researcher, der, war das richtig? Tim Notice. Ganz ruhig potatoes. Ok. War richtig. Dann der DUP. Piu! Dann der erste Kub'. Die Menschenblfre! Habe ich eigentlich nicht schroten. Ja, ich hab noch schaoffelge erzählt. Okay. Ich glaube, das kann man noch gebrochen. Dass wir wollen ... Irgendwie dem... Ähh?! Der bekam tatsächlich ... rede nicht baue ist nicht mit ja wo baust du denn im haupthaus im obergeschoss die erklärung kommt gleich noch das war der aufbau sind einfach nur ein paar nennen wir sind billige rezepte von daher ist das überhaupt kein thema cool fernseher kannst du noch theoretisch das fußball ist aus kannst du nicht gucken ist denn aus glaube 00 weiß ich nicht meister wie meint fragt was eigentlich so schwer daran ist bessere internetkabel zu verlegen ich glaube nicht dass das unbedingt so schwer ist es ist eher eine preisfrage das kostet halt geld und es lohnt sich für kleinere gebiete am dorf und so weiter halt nur dann wenn auch dementsprechend viele leute dann an dementsprechendes paket buchen und nachdem es ja selbst in städten schwierig ist weil man dann immer alles aufreißen muss also es ist einfach ein finanzielles problem denke ich glaube die telekom wäre froh wenn sie alle haushalte von deutschland angeschlossen hätte aber es muss halt profitabel sein richtig und es ist eine frage ob du das kabel nur bis zu dem hauptverteiler legst bist du das zu den unterverteilern legst die ein bisschen näher dran sind oder ob du das kabel bis zu dir ins haus legen muss und deswegen setzt die telekom auch momentan auf vectoring nennt man auch vdsl nicht und das ist halt für die einfacher weil sie nur bis zu dem nächstgelegenen kabelverteiler entsprechend gutes kabel aufschalten muss und das sind halt einfach deutlich weniger kabel und so ein karl aber die reichweite ja auch stark eingeschränkt ist vom verteiler ja ich bin in der glücklichen lage unser unseren kleinen ort mit 40.000 seelen haben sie jetzt größtenteils umgestellt auf vdsl deswegen bin ich jetzt hier dankeschön ollie bin ich glücklicher besitzer einer vdsl 100 leitung natürlich ich habe mich wieder mit dem rosa riesen hier verbünden müssen macht man nicht gerne aber es ist so ja genau ja mal jetzt alle rum weil den vectoring kram ja dann exklusiv ist ja das hat aber technische hintergründe ich verstehe auch dass sie das nicht so ohne wollen aber auch irgendwo das nur andere möglichkeit gebe das nicht exklusiv zu machen das kreis oder technik ja ich hatte ja den techniker bei mir im haus weiß sich nicht sicher weil ob das alles funktioniert der techniker kam zu mir ins haus das hat alles dann schon funktioniert weil okay als itler kriegt man sowas dann glaube ich schon irgendwie unter und mit dem habe ich dann noch ein paar takte gequasselt ja es ist halt alles nicht ganz so einfach wie es vielleicht immer aussieht manchmal sieht man die probleme nicht die sich damit dann noch alle ergeben aber ja es ist es geht eigentlich immer doch nur um eines geld und was anders geht es doch gar nicht neu ist so ich dachte nächsten liebe von der telekom schau dir mal deren vorstandsmitglieder an ob es da wirklich noch um nächsten liebe geht oder andere geschichten so dann hier möchtest du ja sie mit ihren nächsten bin gleich wieder da immer sich selbst der nächste nach genau da geht es ja nicht alle denken nur an sich nur ich ich denke an mich genau so hallo julio möchtest du auch mit gucken gleich muss noch ein rezept reinpacken nachdem wir das zumindest in nächster zeit ein paar mal brauchen werden damit dass man nämlich noch alles haben ich hoffe ist dass ich ich kann auch dazu weiter sagen also einfach sich wundern dass straßen aufgerissen werden und dann die entsprechenden kabel nicht verlegt werden ist nichts besonderes also auch hier bei uns um die ecke da wurde in den letzten zehn jahren drei bis vier mal die straße aufgerissen weil sie irgendwelche sachen verlegen müssen weil sie geothermie verlegen und anstatt dass sie gleich sagen auch da legen wir noch ein paar lehrkabel rein nein das muss man nein nein das ist langweilig wobei sie ja mittlerweile angehalten sind das zu machen da gibt es seit ungefähr einem halben jahr eine entsprechende wie heißt es immer so schön nicht ausschreibung nein vorgaben verordnung erforderung ist glaube ich das ist das problem ist das kommt halt immer viel zu spät hätten sie vor zehn jahren machen müssen ja so wir kümmern uns gerade jetzt mal gemeinsam ein bisschen um den mod rf tools rf tools kann man sagen ist eine moderne variante von mystcraft falls das noch jemand kennt in vielen anderen dingen es gibt auch noch andere schöne maschine aber ein teil von der 1 7 10 version ist eben auch andere dimensionen so andere dimensionen wie kommt man da hin ich gebe jetzt mal jedem von euch hier so ein dimmlet dann können wir mal gucken obergeschoss im haupthaus 1 ist unbekannt meins ist alle kann wie alle anderen auch dafür gehen ist den dimmlet researcher dann machst du mal ein rechtsklick drauf und wirfst mal dann an und du kriegst auch ein ich habe ein material sinnebar und das klingt schon gut jetzt kann jeder mal seine dimmlet sein wir haben nicht allzu viele ich habe ein terrak haben oder in striber die oder dann haben wir noch eins das letzte was machen was schon voll gut so jetzt haben wir quasi ein paar eigenschaften gefunden die man so eine welt geben kann unter anderem biome mushroom das andere ist ein sky yellow fog dimmlet und wenn man das rf tools in anyi anschaut es gibt ganz viele möglichkeiten was man machen kann wichtig dabei ist bei jedem dieser dimmlets die wir gerade researched haben steht ein stehen mehrere werte drin create cost und maintain cost die sind abhängig von der rarität des dimmlets es gibt dimmlets dann ist man es nicht viel wert wie man auch wenn wir jetzt zum beispiel mal in anyi nach einem dimmlet suchen das sich nennt draconium ja dann gibt es zwei dimmlets und wenn wir dann das rechte sehen dass material draconium ohr stehen hier 200.000 rf pro tick bei einer rarität von 6 das war jetzt das was mir so im kopf ist weil man es im anderen modpack gerade gefunden haben günstigen wir haben ja wie viel gigaterra rf also ich weiß bloß nicht wie viele pro tick und wir hätten zwar einiges drüben gelagert aber der weg hierher ist lang so jetzt machen wir uns einfach folgendes wir nehmen dieses empty die menschen tab in die nächste maschine das ist ja so genannt die menschen die menschen ins kreiber so und jetzt können wir hier mal alles außer biome können wir mal reinlegen was habt ihr jetzt hier terror in cavern dimmlet das sind wahrscheinlich dann irgendwelche unterirdischen teile jungs kann man einlegen dann nehmen wir noch den gelben sinne bar or dimmlet das ist alles relativ billig und simpel nehmen einfach mal so da steht es leider ein warning weil wir ein paar modifiers drin haben die sind unter umständen nicht ganz gut wo ist die warning neben dem leeren normalerweise müsste man noch ein paar weitere dimmlets hinzufügen wie zum beispiel was weiß ich keine ahnung es gibt also noch dutzende von dimmlets die man mit reinpacken könnte und wir drücken jetzt einfach mal hier auf das Tor Entschuldigung ich hab jetzt gerade auf das Tor gedrückt du kannst aber mal den Menschen tab kannst du dich mal rausnehmen das siehst du nämlich was alles drinsteckt ja wir hätten nur die Cinnabar vor die Terrarcaverns liegen müssen glaube ich ist auch egal wir nehmen es jetzt einfach mal nimm es mal raus das war nämlich glaube ich auch der one da steht jetzt drin natural one dimmlet sky one dimmlet Terran one dimmlet integration kost 2480 rf pro Tick maintenance kost 12 rf pro Tick also mit anderen Worten das ist wirklich schön und Tick kost 102 Ticks also ein Tick kostet 102 Ticks gut oder auch ja ja wo hättest du es denn gern dann packst du mal in die menschenbilder und die restlichen bilder die ihr habt packt ihr bitte hier rechts dann in die fillingkabine danke Oli das geht richtig mit ist fertig gebildet man kriegt auch richtig schön viel energiegrad ja hallo René 2000 geboren so oh ein schöner nickname was man nicht vergessen darf ist bei Alte raus tun haben wir keine energie mehr weil der Alte drin ist der dürfte eigentlich genügend energie kriegen oder sind gerade 17 Millionen rf ich weiß ja nicht wie viel wir brauchen ja das ist okay das kann man sich ruhig ziehen da habe ich kein Problem damit weil wir dürfen nicht vergessen wir müssen nämlich uns noch ein bisschen Strom mitnehmen aber dann müssen wir uns Strom mitnehmen wir wollen schließlich auch wieder zurückkommen ach wieso ähm nachdem wir anscheinend jetzt gehen wollen werde ich erstmal mein ganzes Inventar schnell leeren weil ähm ja das kann ich sehen kannst du natürlich gar nicht tun mal gleich ne ich hab ja kein Platz das ist auch jetzt heißt es du hast Tonprobleme Baker ich hab Tonprobleme du hast Tonprobleme? du hast Tonprobleme? der ist verscht zwar nichts davon ein lautes Rauschen aber es ist wohl genauer ein Rauschen zu hören das ist der Wind das ist der Regen ne der Regen wahrscheinlich ja das kann durchaus sein jetzt lauter also da oben dann ist es definitiv der Regen äh Olli kannst du mir mal ganz kurz das Teil hier rumdrehen dass sich das Ding auch lädt ah jetzt danke ich hab nichts gemacht aber okay bitte schon gut danke schön warte mal das kann man ganz locker machen Options Music & Sound Weather so nochmal Gute Nacht Manuel so jetzt müssen wir noch einen kleinen Moment warten die 8 Millionen RF wollen wir schon mal mitnehmen und wir sollten uns noch mitnehmen der Vorsicht halbe eine Crespo ja ihr könnt euch mal gerne ausrüsten das wäre nämlich sehr praktisch wenn ihr das schon mal macht ich baue noch ganz kurz nämlich aus RF Tools noch zwei Sachen sonst kommen wir nämlich nicht zurück das ist nämlich gefährlich bei dem Mod da kommt man nämlich ganz schnell mal in die Bredouille und kommt nicht wieder zurück so da haben wir eins so machen wir nochmal einen davon Machine Frame wie gesagt die Rezepte sind alle eigentlich relativ billig von daher ähm braucht man sich da keine großen Gedanken zu machen was es halt hauptsächlich kostet ist ein bisschen Material an Eisen und ein bisschen Redstone so so und dann brauchen wir noch eventuell wir haben jetzt dann äh habe ich einen HV Kapasitor drangehängt? ja noch? ja ok dann brauchen wir ein paar HV Wires dann brauchen wir nochmal ein HV Wire Relay eins und ein paar HV Wires so dann sollten wir glaube ich ausgerüstet sein den Rest ein bisschen was zu essen wäre vielleicht auch nicht schlecht ja ein bisschen was zu essen macht sich immer gut nachdem ich nur noch eine Sorte habe apple a day keeps it back away ja das sagt man sich so mhm ob es stimmt oder nicht oder nicht mhm bin ich mir leid whatever genau mhm notfalls haben wir unsere Enterpouches stimmt haben wir irgendwas gebratenes Beef Beef Sandwich geil 8 Millionen RF das ist gut die nehmen wir mit so wie gut bist du geladen voll geladen wunderbar passt ok dann warten wir mal bis alle fertig sind und fertig höh dann fehlt uns noch der Daniel ja ja ich esse ich esse ich esse den Laufen ich esse den Laufen sind schon da ja und als letzte dubiosität gibt es noch das Dailing Device das hier und da gibt es jetzt dann von nach oben ist von 32 Millionen Enderperlen nein das ist die Position des Dailing Devices in XYZ und ID 6 sollte eigentlich die richtige Welt sein warte mal die Menschenbilder müssen wir da noch irgendwas machen nein das sollte eigentlich alles schon so stimmen die Menschen ready ok passt ID 6 kann man also nochmal kurz zum kontrollieren wenn ihr in die Menschenbilder reinschaut seht ihr wenn ihr über das Realized Dimensional Tab also dieses bunte Schachbrett guckt seht ihr name irgendwas ID 6 mit den Sachen die wir vorhin reingelegt haben so und dann gehen wir auf das Dailing Device und da sehen wir oben unsere Quelle wo wir hin herkommen und ID 6 ist dann quasi unser Ziel das ist die Destination Dimension und dann drücken wir mal dial und sehen hier krasse Moraine wer möchte zuerst einfach drauf springen schwupp schwupp jojo und dann doch doch äh du stehst doch irgendwie komisch habe ich doch alles in der Tasche Olli ok ich bin vorbereitet dann springe ich auch oh das ist dunkel was ich muss springen oder ach du Schande wir sind viele flizendlichs glaube ich das funktioniert nicht von mir was müsst ihr machen drauf stellen und dann auf den Boden stoppen stoppen da du bist direkt reingesprungen ja ich hab's gesehen danke ich komm gleich wieder ja ich wollte die ganzen Zombies hier klieren ähm sorry meine Frage ist eigentlich nur ist mein Grab da weil sonst haben wir nicht ok gut wunderbar das ist gut wohl das ist wichtig und weil in dem Grab ist nämlich unser Rückweg drin es wäre doof wenn nicht es wäre aber auch kein Problem oh äh öl 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 irgendwie tag machen kann mir irgendjemand ein paar fackel ist sehr nach eternal darkness aus hier habe ich dann ja du könntest schon mal fackeln ein bisschen drumherum sitzen dann wird es für uns sicherer werden und das ist genau das problem was wir haben wenn wir die dimension nicht genau bestimmen wie wir es gerade eben nicht gemacht haben dann haben wir das problem dann sieht es halt ein bisschen alles random aus nicht ob man hier oben ist das leibende sind dann ist es dunkle slime insel mehr sitzt gerade fackeln hier oben was er da unten macht ja ich glaube es ist ein slime in der slime basis so und wenn ihr vergessen habt eure sachen mitzunehmen die ihr braucht zum zurückkehren dann habt ein problem dann hängt er hier nämlich fest ist ein nachteil das ist ein kaschen nichts besonderes ach so eine kleine instabilität da haben wir noch ein kerl der was von mir will hast du schon wieder verehrer ja ich habe einen kleinen verehrer hier gab es ok so und dann müssen wir hier nämlich noch wir haben jetzt einen metatransmitter ein sakura baum in der wüste was ist das denn gut dass ich fliegen kann ein dialing device haben wir irgendwie eine torch cannon oder sowas geht jetzt richtig hilfreich oder hast du mit der armee hinter dir was ist das natürlich komischer ist komisches skelett so schön jetzt kann man seine crossbow mal gescheit leveln hier vornehmen doch die sachen mit dir in deine richtung gerannt sind und ich abgeschossen habe damit sie den jungen ja ja aber beschwerde ich ja ja ich beschwer mich hier immer nicht ist klar so dann brauchen wir hier ja plus 1 attack interessant ja das hatte ich noch gar nicht gemerkt mein crossbow heißt dann wird töter ja ich muss mich mal heilen glaube ich dann haben wir hier schon was heißt nix ist bauen können eine raffinerie sondern kommt der da ist zumindest mal ein bisschen heller hammer 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 theoretisch auch hammer 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 wo ist der richtige da da ist richtig so und hier war das ja so dass blau war der eingang und orange wurde ausgang glaube ich noch ja ich hab's noch falschen gesetzt grund großartig in der männer die kann man ja bekanntlich nicht mit den crossbows kaputt machen richtig war die geräusche geht weg geräusche und hier so ein kleiner kunst greifen da regnet es gerade okay die wüste geht so die maschinen haben alle wieder saft das heißt wir kommen wieder nach hause genau so was wir uns machen sollten trotz allem ist ein bisschen umschauen denn ich in jeder dimension gibt es hütten und in den hütten sind dimlets die meistens etwas besser sind wie das was man hier so geht da ist nach hause mit dem glowstone block auf im dach in der kraft richtung norden moment dann drücke ich mal hier nämlich ganz kurz in der map auf und sagt hier ein hier einfügen wo macht man dass ich bin gerade schon wieder blind wo ich in der map ein gemak raus aus der map da haben wir daraus dass das normale bild hast und haben hause aus einfach nach süden einfach einfügen so ein bläger okay wieder zurück ja ja richtig ich sage das hausdruck marka group nein der einzige der einzige gegner der herumdruck ist ein ender männer nicht der menschen pattern genau und diese sachen sind sachen die man brauchen können das ist ein schnopf mit eisentür genau ich gehe da mal rein du kannst du gerne machen ich kann einfach noch norden liquid oil dimlet das klingt noch mal fünf andere und dann noch mal acht deaktiviert fällt mir kann der mann immer alles sollte man auch mit m terren plateaus dimlet habe ich kein normales mit alles mit alles mit alles zu lassen schalter habe ich schon das ist der glowstone an ausschalten so das können wir uns hier theoretisch noch ist diese toll jetzt schon gesagt diese menschen der pattern blöcke toll oder es sind die wurscht die sind mir ehrlich gesagt im moment ziemlich egal ich wusste nicht aber die versprochen haben sie mal mit hier brennt das öl brennt hurra hurra die spinne brennt